US-Präsident Joe Biden hat sich im Rahmen der jährlichen Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag im Weißen Haus in Washington kämpferisch geäußert. Er nutzte seinen Auftritt, um Sorgen über seine Fitness und sein Durchhaltevermögen im Wahlkampf zu entkräften. Ich werde nirgendwo hingehen, sagte er nach seiner Rede zu seinen Unterstützern. Und damit wiederholte er sein Versprechen, im Rennen zu bleiben. Seit seinem als schwach bewerteten Rededuell gegen den Republikaner Donald Trump mehren sich die Rufe nach einem Rücktritt. Mit Spannung wird daher ein Interview erwartet, dass Joe Biden dem Sender ABC am Freitagabend Ortszeit geben wird und das in voller Länge ausgestrahlt werden soll.